Es sind im Moment krasse Zeiten, niemand auf der Welt kann das bestreiten. Keiner weiss, wie lange es wird bleiben, ich schaue aus dem Fenster, sie sehen gar kein Gewitter. Doch ich bleibe daheim wegen allen Viren, die draussen überall unterschweren und alle Leute gerade zu verwirren. Niemand auf der Strasse, alle bleibe dinnen, niemand im Theater, wir wollen doch wieder spielen. Aber bald heisst es wieder TZ in Gossau, TZ in Elsau, TZ in Eglisau, TZ in Hittnau, TZ in Knonau, TZ in Rheinau, TZ in Lindau und auch TZ in Langnau am Albis, Eugst am Albis, Huse am Albis, Kappel am Albis, Affotren am Albis, was hoffentlich bald ist. Entweder kommt eine alte Dame auf Besuch, oder man sieht einen Koffer, dreht von einem Buben. Einmal schrammt man Haut näher an der Liebe vorbei, und ein anderes Mal ist es nichts, ausser die lauter Liebe g'si. Niemand auf der Strasse, alle bleibet dinnen, niemand im Theater, wir wollen doch wieder spielen. Niemand auf der Strasse, alle bleibet dinnen, niemand im Theater, wir wollen doch wieder spielen. Wir reisen von unserem Stammheim, auch der Wintertour zu Eulanghai, ich zähle die Meilen und laufe an der Mauer entlang. Und ich glaube, jetzt geht's nicht mehr lang, bis auf Rimmlang, weil ich weiss, wo ich hin will. Und falls ich mal ins Tal will, dann höre ich auf den Bach, wir verbleibet mit Kissenacht. Aber zuerst... Shoutout an! Vieraldorf, Münchaldorf, Passersdorf, Mürrensdorf, Birnensdorf, Rägensdorf, Dielsdorf, Schofisdorf, Urdorf, Düberdorf, Menedorf, oder einfach Nummerdorf. Kein Ding, das ich ewig so weitermach. Ich seh mich schon in Rickenbach, Schwerzenbach, Otenbach, Nefterbach, Erlebach, Solzach, Mürach, Embrach, Bülach, Acht. Wir sind überall, Theater, Kanton, Zürich, Theater, wo zu dir kommt. Wir machen nur eine Pause und kommen mit vollem Eis an die Energie und Spielfreude wieder zurück. Machen's gut, bleiben gesund, bis bald.